Wenn der Sonntagsbraten nicht reicht... Mahlzeit. Hol dir bei ProSiebenMax einen Nachschlag. Ja, weg. Denn wir haben den Satansbraten... A little bit crazy. Get the fuck out of here. Arme Würstchen... Ich geb immer mein Bestes. ...und scharfe Hühner. Sie sehen richtig geil aus. Dein Mittagsmenü am Sonntag. In Teufelsküche und Hotel Hell mit Gordon Ramsay. Und Flames Geschmack ist alles. Immer sonntags ab 13.25 auf ProSiebenMax. Schau in den Himmel. Siehst du den Mond, wie erscheint? Dann ist es Zeit für die ProSiebenMax Anime Night. In deutscher Erstausstrahlung. Death Note. Der Mensch, dessen Name in dieses Notizbuch geschrieben wird, stirbt. Psycho Pass. Mach' ich dabei. Ein schöner Junge. Und... Sarah von The End. Die Anime Night. Immer mittwochs ab 22.05 auf ProSiebenMax. Was wäre das Internet bloß ohne Handy-Videos? Wir testen das jetzt zum ersten Mal. Zum Glück gibt es aber Handy-Videos. World Wide Dummies. Mit vier Folgen am Stück. Immer donnerstags ab 22.45 auf ProSiebenMax. Jede Legende... Sein Duft liegt in der Luft. ...hat einen Anfang. Charlie ist zurück. Na endlich. Du bist der Experte, Charlie. Ist es noch zu früh für Alkohol? Was hast du denn für'n kranken Hormor, Erländer? Die Kultserie mit Charlie Sheen. Jetzt kann man nur noch trinken. Two and a Half Men. Die erste Staffel mit vier Folgen am Stück. Heute ab 20.15 auf ProSiebenMax.